Sony ZV-E10, die, ich sag mal, unperfekte, perfekte Kamera, zumindest für mich persönlich. Warum dem so ist, was ich für Erfahrungen jetzt mittlerweile seit ungefähr einem Dreivierteljahr mit dieser Kamera gesammelt habe, ob ich damit immer noch zufrieden bin und so weiter in diesem Video. Ja, ich kann euch die Kamera gerade leider nicht zeigen, weil sie ihren Hauptjob, nämlich hier im Studio zu stehen, am Stativ befestigt und mich zu filmen, gerade erledigt. So kann man sich zumindest auch schon mal ein Bild machen, wie performt die Kamera gerade. Kurz zum Hinweis, ich filme gerade mit einer Blende 2,0, 50 Sekunde, 4K, 25 Frames. Und ja, so ziemlich jedes Video auf diesem Kanal, was hier im Studio entsteht, wird mit dieser Kamera gefilmt und das fasst auch schon ganz gut zusammen, ob ich mit dieser Kamera zufrieden bin oder nicht, weil sonst würde sie mich natürlich nicht filmen. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zu meinen Erfahrungen in den ersten Wochen und Monaten. Ich hatte ja schon mal so ein eingangs erstes Eindrucksvideo zur Sony ZV-E10 nach ein paar Wochen gedreht. Das ist auch auf diesem Kanal online und in der Beschreibung natürlich verlinkt. Mittlerweile nutze ich die Kamera wirklich aktiv, fast jeden Tag, je nachdem, wie aktiv ich gerade YouTube-Videos mache und kann natürlich ein bisschen mehr darüber sagen. Was mich in den ersten Wochen wirklich massiv beim Film gestört hat, ist das Überhitzungsproblem. Okay, alle paar Minuten, ich sag mal so nach 10-15 Minuten im 4K-Filmmodus ist das Ding überhitzt und ausgegangen. Ich habe mittlerweile Gott sei Dank eine Problemlösung dafür gefunden. Ich verlege euch das Video mal hier oben in der Ecke. Ist auch auf andere Sony-Kameras anwendbar und super easy, hat mir extrem geholfen und seitdem kann ich hier 4-5 Videos am Stück aufnehmen, ohne Überhitzungswarnung, geschweige denn ohne automatische Abschaltung. Ich filme mich gerade mit dem Sigma 16mm 1.4. Wir sind jetzt gerade auf einer Blende 1.8, das variiere ich immer so ein bisschen. Ich hatte jetzt keine Lust, da noch einen variablen ND-Filter draufzuschrauben und so weiter. Manche Videos kommen in 1.8, manche in 1.4 oder irgendwo dazwischen, je nachdem was ich auch zeigen will, macht 1.4 manchmal auch nicht so Sinn, weil da nicht mehr alles scharf ist und so weiter. Aber es ist eine absolute Bombe zum Filmen, vor allem wenn es auf einem Stativ befestigt ist, weil es hat keinen internen Bildstabilisator. Genauso schwierig wird es dann bei der Kamera, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Beim Thema Objektivauswahl, und das war auch für mich das größte Kaufkriterium, vor allem im Vergleich zur Sony ZV1, weil die hätte für die meisten Dinge, die ich mache, auch gereicht. Aber die Tatsache, dass ich mit dieser Kamera auf jedes Sony Objektiv im E-Mount zurückgreifen kann, wo ich ja auch sehr viele schon von habe und jetzt gerade mit so einem Sigma noch einen wirklichen Preis-Leistungskracher habe, hat für mich einfach Sinn gemacht. Ich habe für das Sigma, glaube ich, 200, 250 Euro gebraucht gezahlt. Die Kamera kostet neu 700 Euro, wahrscheinlich mittlerweile noch drunter. Ja, und dann hast du eine 900 Euro 4K-Möglichkeit zu filmen. Preis-Leistungstechnisch geht da natürlich nicht viel mehr, weil wir sind ja super hochwertig unterwegs. Wir haben den kompletten Autofokus aus den aktuellen Sony-Kameras. Wir haben endlich diesen Klapp-Display, den ich fürs Filmen wirklich, wirklich sehr, sehr schätze. Ich sage mal, die logischste Alternative zu dieser Kamera wäre ja die Sony A6400 gewesen. Die hätte aber nur den Display zum nach oben klappen gehabt. War für mich auch raus, gerade wenn ich dann noch irgendwie mit einem Rig arbeite oder so. Dementsprechend ist das eigentlich für Leute, die genau das machen, was ich hier mache, die Kamera to go. Nur ist die Problematik, und das war auch der Grund, warum ich am Anfang ein bisschen enttäuscht von dieser Kamera war, dass sie ja ganz anders beworben wurde. Die Sony ZV-E10 wurde als Vlogging-Kamera beworben und da wird es dann ein bisschen eng. Weil Vlogging heißt für mich, ich nehme die Kamera in die Hand, drehe das Display um und filme mich Selfie. Beim Laufen, in der Stadt, im Urlaub, am Strand und so weiter und so fort. Und das kannst du mit der Kamera eigentlich vergessen. Das kannst du vor allem dann vergessen, wenn du mit der Kombi arbeitest, mit der ich arbeite. Die Sony ZV-E10 ist nicht physisch stabilisiert, die hat lediglich einen elektrischen Stabi drin. Dann aber auch nur mit starkem Crop. Also der stabilisiert dann ähnlich wie bei einer GoPro elektrisch. Aber dahinter steckt dann auch noch ein Crop, sprich der zoomt in das Bild rein. Und wenn ich mich dann mit 16 umgerechnet 24mm Selfie-Filme aus der Hand heraus plus noch einen Crop habe, dann ist mein Kopf drauf und das war es dann. Also das macht dann auch wenig Sinn. Sprich, man bräuchte irgendwie ein Objektiv wie das Sony, ich weiß nicht, 10, 18, 11, 18 oder so. Das gibt es ja für APS-C auch noch. Kostet dann aber auch schon nur das Objektiv, 700, 800 Euro. Und das muss man dann auch gewillt sein zu zahlen, bin ich jetzt tatsächlich eher nicht. Und so richtig die Lösung ist es auch nicht, weil der Stabilisator vom Objektiv ist natürlich nice to have. In-Body-Stabilisierung wäre aber deutlich schöner gewesen. Ja, die Alternative wäre dann, wir nehmen diese Kamera, die wirklich leicht ist und immer dabei zu haben ist und packen dann noch ein fettes Gimbal dabei. Weil anders kriege ich keine stabilen Aufnahmen hin. Ich habe aber auch keinen Bock, mich mit so einem Gimbal Selfie zu filmen. Und dementsprechend ist die Kamera vlogging-technisch für mich vor allem mit diesem Vlogging-Stick, der von Sony angepriesen wird, der ja eigentlich nichts anderes ist, als einen Stab in der Hand zu haben, mit dem man auslösen kann, schon sehr, sehr schwierig. Alles in allem bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass diese Kamera für mich immer dann zum Einsatz kommt, wenn ich hier filme oder wenn ich Outdoor filme und mit einem Stativ arbeite. Weil dann ist das hier ein Bildlook und eine Qualität des Bildes, die ich unmöglich mit einer Action-Cam oder mit einem Pocket und so weiter kriege ich nicht hin. So eine Freistellung Blender 1.4, das ist ein Traum, aber halt nicht aus der Hand heraus leider. Und das sollte auch jeder wissen, der sich mit dieser Kamera beschäftigt. Ich finde, sie wurde einfach falsch beworben. Man hätte sie als Filmkamera bewerben können. Man kann damit natürlich auch Fotos machen, aber ohne Sucher ist das so eine Sache. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde jetzt erstmal nur das Thema Film bewerten, weil ich mit der Kamera ehrlicherweise 20 Fotos in meinem Leben gemacht habe, glaube ich. Weil dafür habe ich die A7 III, dafür habe ich mir die Kamera auch überhaupt nicht gekauft. Aber sie kann natürlich das gleiche wie in die 6400 beim Fotografieren, nur halt ohne Sucher. Und ob ihr den braucht oder nicht, das müsst ihr wahrscheinlich selbst am besten entscheiden. Ja, und hätte man diese Kamera einfach als Filmkamera mit nicen Foto-Features beworben, weil wir haben hier noch Filmprofile und so weiter und so fort. Also wirklich alles, was man im Hobby und ambitionierten Bereich zum Filmen braucht, zu einem sehr, sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wir haben hier keine gute Vlogging-Kamera. Zum Vloggen habe ich mir einen DJI Pocket gekauft. Dazu kommt die Tage auch noch ein Video raus. Macht für mich mehr Sinn. Das Ding ist super stabilisiert. Das passt in jede Jacken- und Hosentasche. Das nimmt kaum Platz weg und hat trotzdem noch eine einigermaßen gute Bildqualität. Aber halt verwackelfrei. Weil das ist kein Standard mehr, mit dem ich mich persönlich selbst filmen möchte. Das wackelt mir zu doll oder geht mir zu vielen Kompromissen einher. Nämlich mit einem externen Gimbal, was dann wieder mal Minimum ein Kilo wiegt und super viel Platz wegnimmt. Das ist dann nichts mehr für die Jackentasche auf jeden Fall. Ja, und das so in der Kürze zum Thema Sony Z4-E10. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, wie ich zu dem Eingangsstatement die perfekte, unperfekte Kamera für mich gekommen bin. Weil sie nicht so unbedingt das ist, was ich mir am Anfang erhofft habe. Aber trotzdem irgendwie das ist, was ich brauche für das, was ich mache. Was du mit dieser Kamera machen möchtest und ob das für dich die richtige Kamera ist, musst du natürlich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, wie gesagt, alles was irgendwie stabilisiert, funktioniert auf dem Stativ oder irgendwo liegend, funktioniert super mit der Kamera. Alles was aus der Hand kommt ohne Gimbal, wenn du mit Gimbal arbeiten möchtest, auf jeden Fall nimm diese Kamera, ist top. Wenn du ohne Gimbal nur aus der Hand arbeiten möchtest, kann ich dir das nicht empfehlen. Aber es gibt da genug Testvideos auf YouTube zu, die auch zeigen, wie die Stabilisierung ist, wie gut oder schlecht sie ist. Für mich auf jeden Fall nicht ausreichend. Für dich sieht es vielleicht auch ganz anders aus. Aber absoluter Gamechanger für mich das Display und die Qualität der Aufnahmen ist natürlich auch wirklich top für den Preis. Also alles in allem auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn der Rahmen für dich stimmt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.